Hallo und herzlich willkommen. Nicht zu einer Ansage, nein, 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 nein. Ich will euch nur zeigen, was ihr verbrochen habt. Ja, nein, also jetzt ernsthaft. Ihr seid bescheuert. Punkt aus Ende. Ihr seid bescheuert, aber da finde ich euch dann gelignisch, weil ich genauso bescheuert bin und deswegen passen wir auch so super zusammen. Wie eine kleine Familie sind wir. Nein, auch egal. Ihr habt 841 Klicks auf die Wirkung gemacht und habt damit 69,74 Euro erreicht. Wow, ich bin sprachlos. Ich war, also, ich erkläre euch mal ganz kurz, wie es gestern war. Ich habe dieses Video online gestellt. Ich habe gedacht, ja, vielleicht kriegen wir wieder 15 Euro zusammen. Ganz geil gefunden. Nach einer Viertelstunde aktualisiere ich, da waren schon diese 15 Euro erreicht. Ich habe mir nur noch gedacht, what the hell? Nach zwei Stunden lagen wir schon weit über 30 Euro, wo ich mir dann dachte, what the hell? Ich kann mir nichts anderes dabei denken. Leute, ihr seid verrückt, ihr seid zu crazy. Würdet ihr das täglich machen, dann wollte ich keine Arbeitslosen werden mehr, aber das ist außen vor, dass es jetzt neben sich geht. Ich wollte euch den Zwischenstand geben. Ich habe gesagt, ihr kriegt immer wieder einen Zwischenstand. Ich werde es jetzt so machen, da euch anscheinend auch dieser Zwischenstand sehr gut gefällt, denn das letzte Video hat auch ziemlich viel Aufmerksamkeit. Ich mache jetzt einmal die Woche einen Zwischenstand. Immer montags. Ja, immer montags. Aktuell, eine Woche. Und ihr seht dann, was ihr erreicht habt. Und, ja, wenn das so weitergeht, dann kommt demnächst nicht nur eine neue Grafikkarte oder eine neue Festplatte, sondern fast ein neuer PC schon zusammen. Und, ja, dann geht die Quali aber mal richtig gut nach oben, ne? Daumen nach oben. Ich habe mich im Übrigen schon umgeguckt. Ich habe mir schon was ausgesucht. Ähm. Ja, wenn jetzt die Seite lädt, da lädt sie. Ähm. Diese habe ich mir bisher ausgeguckt. Wer Empfehlungen dazu hat, immer heraus damit. Denn mein einziges Problem dabei wäre, ich habe derzeit ein TFT-Bildschirm mit VGA am Schluss, aber da wird dann einfach ein Adapter für geholt, dem HDMI auf VGA. Habe ich mich schon schlau gemacht, das ist wichtig. Ähm, ja, also die AT-I-Radeon HD 5770 Grafikkarte steht derzeit hoch im Kurs bei mir. Ähm, wer sie hat, bitte Feedback geben. Sehr wichtig. Und, äh, fühlt euch alle wieder ganz doll geknottet. Und ich liebe euch, ihr seid so toll! Und deswegen, ähm, ja. Ach, lasst euch überraschen. Äh, äh, ich werde noch ein paar Videos heute online stellen. Oder ein Video habe ich noch definitiv vor. Aber es ist kein Belohnungsvideo, das ist ganz wichtig, Leute. Es ist kein Belohnungsvideo, es ist einfach nur ein Video. Ähm, weil ihr so geil seid und weil ich das Spiel so liebe, seht ihr es dann einfach. Und, äh, ja. Äh, ich bin Hello und 1986, ich laber hier schon wieder drei Minuten mit 41, 42, 41, viel zu viel. Hört euch eh nicht bis zum Ende an. Äh, deswegen, bis dann, Leute. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.